Wäre ich Polizist, so würde ich diese Lektion bestimmt Satans Modus Operandi, die Vorgehensweise des Satans nennen. Zeitgemäßer würde man vielleicht sagen Profiling oder das Persönlichkeitsprofil des Teufels. Bei Menschen wissen wir, dass sie meist auf eine regelmäßige und vorhersehbare Weise handeln. Wenn Janett und ich zum Beispiel sonntags in den Gottesdienst gehen, sitzen wir fast immer in der gleichen Reihe. Es gibt dort kein Namensschild, wir haben auch nicht für den Platz gezahlt. Aber der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier und tut die gleichen Dinge immer wieder. Wenn man uns also suchen wollte, würde man schnell wissen, wo wir zu finden sind. Auch der Teufel hat sein Profil, seine eigene Art, wie er etwas tut. Man kann es vorhersehen und entdecken. Paulus spricht darüber in 2. Korinther Kapitel 2. In diesem Abschnitt geht es um eine Frage der Gemeindezucht, die sich wohl auf eine Situation aus 1. Korinther 5 bezieht. Es handelt sich um einen Mann, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebte. Paulus forderte die Gemeinde auf, diesen Mann dem Satan auszuliefern, damit, wenn es notwendig sein sollte, sein Körper zwar zerstört, seine Seele aber dennoch am Tag des Herrn gerettet würde. Es scheint, als habe der Mann seine Sünde bereut. Aber ebenso wie die Gemeinde anfangs zögerte, diesen Mann zu bestrafen, genauso zögerlich war sie nun, ihn wieder aufzunehmen. Paulus war der Ansicht, sie würden geistliches Wachstum behindern und ihn den Angriffen des Teufels ausliefern, sollten sie ihn gar nicht oder erst verspätet wieder aufnehmen wollen. Paulus meinte, wenn ich ihm vergeben habe, dann sollt auch ihr ihm vergeben und fügt dann hinzu, damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir wissen ja, was seine Absichten sind. Das gibt uns den Hinweis, dass Satans Profil seiner Art des Widerstandes vorhersehbar und erkennbar ist. Wir sollen auf der Grundlage unseres Verständnisses seiner Vorgehensweise handeln. In dieser Lektion werden wir uns anhand der Schrift einige Taktiken ansehen, die sein Handeln erkennen lässt. Das Erste, er zielt auf Leiter ab. Satan weiß sehr wohl, wenn man einen Leiter angreift und ihn zu Fall bringt, wird dies auch auf viele andere Menschen Auswirkungen haben. Leider haben wir das in letzter Zeit in der Presse verfolgen können, wie gläubige Leiter versagt haben und gefallen sind und auch andere dadurch ins Trudeln geraten sind. In der Bibel finden wir Beispiele, wie der Teufel Leiter attackiert, zum Beispiel Adam, der von Gott die Führung und Leitung über diese Erde übertragen bekommen hatte. Auch David wurde in seinem Leben einige Male von Satan angegriffen. Und ebenso der hohe Priester Joshua in Zachariah Kapitel 3. Selbst unser Herr wurde vom Teufel versucht und erfuhr Widerstand durch andere. In Lukas Kapitel 22 wollte der Teufel Petrus in seiner Arbeit gegen unseren Herrn gebrauchen. Jesus erklärt Petrus, Simon, Simon, der Teufel hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Er hatte Petrus voll im Visier. Und dann griff er Paulus durch diesen Dorn im Fleisch an und durch den Widerstand, den er durch die jüdischen Führer gegen ihn anzettelte. 2. Satan tarnt sich als ein Freund, Helfer, ja sogar als Lehrer. Er ist hinterhältig. Er erinnert mich an Epheser Kapitel 6, wo er beschrieben wird. Paulus spricht darüber, wie wir den Listen des Teufels widerstehen können. Und in 1. Mose Kapitel 3 Vers 1 wird uns die Schlange als listig beschrieben. Satan ist raffiniert und es sollte uns nicht verwundern, dass er nicht das tut, was er sagt und vorgibt, etwas anderes zu sein, als er ist. Er tut so, als wäre er ein Freund, der helfen möchte. Das tat er bei Eva, indem er ihr helfen wollte, ein besseres Leben zu bekommen und frei von den Einschränkungen Gottes zu werden. Er tat so, als wolle er Jesus helfen und schlug vor, dass Jesus seinen Hunger leicht stillen könnte, wenn er einen Stein in Brot verwandeln würde, was er durchaus hätte tun können. Und er kommt als Engel des Lichts. Du erinnerst dich an 2. Korinther Kapitel 11, wo man Satan fast von der Kanzel aus sprechen hört. Er tut so, als wäre er auf deiner Seite, aber in Wahrheit ist er gegen dich. Oft gebraucht der Teufel auch andere Menschen, um uns nicht direkt, sondern indirekt anzugreifen. Dafür haben wir viele Belege in der Schrift. So gebrauchte er zum Beispiel Eva, um Adam anzugreifen. Nicht direkt, sondern indirekt, durch Eva, die seine Schwachstelle war. Auch gebrauchte er Judas, um Jesus zu verraten und ihn ans Kreuz zu bringen. Er wollte Petrus einsetzen. Als Jesus davon sprach, dass er ans Kreuz gehen würde, sagte Petrus, auf gar keinen Fall wird das geschehen. Und Petrus schlug Jesus etwas anderes vor, als das, was Gott vorhatte. Der Teufel benutzte Petrus, und darum können wir verstehen, wenn Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Manchmal benutzt der Teufel auch falsche Propheten, jene Engel des Lichts, die scheinbar die Wahrheit reden, und dennoch verführen sie Menschen. Ganz sicher gebraucht er auch Dämonen, um seine Pläne zu verfolgen. Er arbeitet oft indirekt. Ich glaube auch, dass er die Welt und unser Fleisch, unsere alte Natur gebraucht. Sie wecken in uns die Sehnsucht nach gewissen Dingen, und Satan macht sich uns noch schmackhafter, weil er weiß, dass er dadurch Kontrolle in unserem Leben gewinnen kann. Außerdem benutzt der Teufel körperliche leiden, um Christen und die Gemeinden anzugreifen. Wir sehen das bei Hiob, der körperlich heimgesucht wurde und zeitweise in Zweifel zog, was Gott da in seinem Leben tat. Satan griff Paulus durch einen Dorn im Fleisch an. Was auch immer für ein Übel das gewesen sein mag, er attackierte ihn und versuchte, seinen Dienst zu zerstören. Auch sehen wir in 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 5, wenn ein Mensch dem Satan überliefert wird, man davon ausgehen kann, dass er auch körperlich leiden muss. Und dann arbeitet er gegen uns, indem er uns anklagt. Satan ist hier sehr raffiniert. Er verführt uns nicht nur zur Sünde, sondern er klagt uns an, stellt uns bloß und betont unsere Schuld, sobald wir in Sünde gefallen sind. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 nennt ihn den Verkläger der Brüder. Satan verführt auch durch Betrug und falsche Lehre. Er liebt es, die Wahrheit zu verdrehen. Er leugnet sie nicht nur, er verzerrt die Wahrheit und verdreht die Schrift. Damit ist er der große Verführer der ganzen Welt. Er sendet falsche Apostel, um die Botschaft zu verderben. Er bringt ein falsches Evangelium, was Paulus im Galaterbrief anspricht. Falsche Wahrheiten sind Satans Spezialgebiet, nicht überraschend von einem Lügner und Betrüger. Satan verführt auch zur Gehorsamsverweigerung. Er selbst ist das beste Beispiel dafür, wenn wir die Beschreibung seines Falls in Jesaja Kapitel 14 und Ezekiel Kapitel 28 betrachten. Er gab sich nicht damit zufrieden, an zweiter Stelle zu stehen. Er wollte die Nummer 1 sein. Er wollte wie Gott sein. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er Eva sagte, sie könne Gott gleich sein. Es überrascht nicht, dass er den Herrn Jesus zur Rebellion gegen Gottes Absichten aufbringen will. Ebenso brachte er Judas dazu, sich Jesus nicht mehr unterordnen zu wollen. Ihn letztendlich zu verlassen und sogar zu verraten. In der nächsten Lektion werden wir sehen, wie Satan sich darauf konzentriert, Gemeindeleiter anzugreifen und das Werk Gottes in der Gemeinde zu zerstören, indem er sie zerstört.